hallo und herzlich willkommen bei red of gamble heute ist wochenende also spielen wir world of tanks und ich würde mal sagen wir spielen so wie immer wir fangen von rechts an spielen mit den kleinsten vier runden und werden dann für sonntag die nächsten vier weiteren spielen also ich könnte höchstens bis zum schermann kommen also genau die schwachen die eine spielwächte die fünf mal so lange aufwerten kann gut dann würde ich mal sagen wir starten mit der erste runde viel spaß wir starten mit den strv mit dem schwedischen panzer nach rechts rüber schon so nach rechts nach a hin ausgerichtet also fahre ich aus zum a aber ich fahre nicht direkt zum a ich fahre nicht da oben auf den berg hoch ein panzer da kann ich auch ein shit dann holen wir uns schon mal ein paar punkte hier du hast gerade den baum nicht gefreut was war das ich habe nicht ein schuss abgegeben doch ein schuss aber ich glaube nicht getroffen schauen wir uns mal den rest an von meiner truppe wie die sich machen ich denke die anderen werden gewinnen oder ach das ist weg genau zwei gegen zwei sieht eigentlich gut für uns aus würde ich sagen das wird knapp das wird knapp andere ach der andere war schon kaputt gewonnen nicht wegen meiner hilfe wahrscheinlich habe ich nur zwei leute abgelenkt dadurch haben sie die anderen kaputt gemacht das war ja keiner bei mir und dann sind auf einmal zwei stück zu mir rüber gefahren gut dann wieder gleich einmal anschauen weil das schlecht ist nicht ein schuss habe ich meine ich hätte einmal geschossen aber nicht getroffen dann nächste runde wird besser okay wir spielen dem französischen bdr schwerer panzer also ich fahre nach c runter stadt kampf also ich habe ja gerade gewonnen müsste ich ja jetzt eigentlich verlieren ich habe ja auch immer so eine quote mit 50 prozent schon gefährlich herum lang zu fahren wer haben sie Was passiert? Von wem? Von wo? Da ist aber bei Cyan Ist das eine Fahrt? Oh Ich dachte, ihr könnt da rüberfahren Ok A haben wir, äh C haben wir Aber jetzt mal B rüber B haben wir auch gleich Dann fahren wir nach A rüber Da nimmt einer C wieder ein? Egal Ich fahr jetzt nach A rüber Und wir sind Angekommen bei A Hurra Oh Und wir sind zurück Und wir sind zurück Und wir sind zurück Noch zwei und die sind fertig Und wir sind zurück Wer ist jetzt weg? Wer ist jetzt weg? Wir haben noch keinen Kill gemacht, oder? Ja Ok Jetzt auch nicht Gut Ich habe zwei, dreimal geschossen Zweimal geschossen Ich habe eigentlich mehr die Flaggen eingenommen und wir sind zurück Drittbester Platz Ich habe es dann schön auf den falschen Knopf gedrückt Drittbester Platz Das kann doch nicht sein acht platz acht bin ich gut egal gut was nächste runde gleich und die nächste runde geht los das ist der chinesische das war das t34 warte mal steht auch hier ja t34 zwei siege bislang nach rechts ausgerichtet also wenn ich richtung c fahren ich bin übrigens der schwächste panzer würde ich sagen in meiner gruppe weil ich ganz unten stehe meine oder sein wie es war immer noch nicht mein kill aber häufig einen panzer zu verstören und jetzt können wir c einnehmen ok c ist eingenommen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machen die anderen beiden? Ach, der andere nur noch. Verloren! Nein! Ich sag dir, die nächste Runde werde ich bestimmt auch verlieren. Ich hab hier so eine 50er Quote, ne? Okay, kein Problem. Kein Problem. Okay, es geht weiter und wieder mit dem chinesischen Typ T34. Nur eine Flagge einnehmen diesmal. Keine Fehler, okay. Ach übrigens, ich hab den Franzosen verkauft. Ich hab jetzt die Erweiterung von dem französischen Panzer. Ich weiß gar nicht mehr, wer wirklich ist. ARL? HPL? Aufwieso? 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 AufwiesoQR? AufwiesoQR? Aufw agony? AufwiesoQR? AufwiesoQR? WoQR? AufwiesoQR? AufwiesoQR? w propell? Aufwarshaut. Was? In die Flupro- ok es war ziemlich riskant was ich gerade gemacht habe ich bin da einfach mit hinein gefahren das heißt mit hinein gefahren bin einfach losgefahren ich hätte hinten warten sollen aber der andere ist jetzt auch kaputt naja ist gut die aber gut für uns aus sehr gut das heißt dann 3 siegel und eine niederlage schön sehr gut sehr gut das war das war das letzte nasshorn gut da würde ich mal sagen das war's für heute wir schauen uns noch schnell die bewertung an die wird bestimmt richtig schlecht für mich ausfallen mal wieder ich habe eine gute runde gehabt also ich habe einmal überlebt sonst nicht so der viert schlechteste spieler gut dann würde ich mal sagen das war's mit diesem video ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr noch mal ein nächstes war für euch sehr gut viel spaß und久 ciao Untertitelung. BR 2018